So, hier steht mittlerweile 1, 2, 4 Meter. Tja, wenn man so einen Planken lässt, der nicht einmal ran geht. Ich glaube, du hast hier auch einen Ton weg. Das ist doch nicht so gut. Nee, nee. Das müsst ihr hier auch schon nach Hause sehen, ey. Das kotzt mich hier an, ey. Auch wenn man eine Plattform tiefer spielt. Aber dass man die so kommen lässt, ey. Ja, ja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja.